Elton zeigt heute das erste Bild der Kandidaten seiner neuen Show, die Millionärswahl, die morgen auf ProSieben laufen wird. Man darf gespannt sein. Udo Wals hatte auch prominenten Besuch und verkündet auf Facebook, dass er gestern Corinna Drews fertig fürs Dschungelcamp gestylt hat. Auch Michael Wendler zieht in den Dschungel und zeigt vorher noch auf Facebook seine neueste Frühstücksset-Kollektion, die am 17. Januar erscheint. Geschmackssache. Manuel Neuer freut sich über die Wahl zum Welttorhüter und tritt damit nach elf Jahren in die Fußstapfen von Oliver Kahn. Via Facebook bedankt sich Manuel bei seinem Team, dem FC Bayern München und seinen Kollegen der Nationalmannschaft. Wow, was für ein Body den Culture Candela Frontman Matteo da präsentiert. Dazu fragt er seine Fans, wie findet ihr meine neue rote Hose? Ob da überhaupt einer drauf geachtet hätte? Und damit bis zum nächsten Update.